Hallo Facebook und hallo YouTube, willkommen zu Folge 49 von Starbound, von Starbound und ich bin froh, mit euch zu spielen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier bei Starbound mit einer kleinen, doch netten Gesangseinlage. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die meisten hier von den Bildschirmen weggelotst und sich oder und dazu gebracht. Einfach zu sagen, ich lese jetzt lieber mein Buch als vor YouTube die ganze Zeit, diesen Scheiß mir anzutun. Ja, geht nach draußen, verbreitet die Kunde, Fuchus, Let's Plays, bringt euch zum Lesen. Macht das nur, habe ich kein Problem damit. Ach ja, der Bubble Jump, der ja letzte Folge doch etwas in die Hose ging und ich halt unglücklicherweise gestorben bin. Aber zu Demonstrationszwecken war es natürlich wichtig, die absoluten Höhen da aufzunehmen. Wir sind immer noch im Delta-Quadrant, was man vielleicht gerade gemerkt hat, dass doch recht schnell die Tiere sterben. Oder ich sie halt einfach töte. Aber wir nutzen ja wirklich alles der Tiere im Gegensatz zum... Oh, Speed Boost! Yeah! So, ach, genau. Ist jetzt die Frage, ob wir das hier machen wollen. So, tot, tot. Speed Boost! Ich habe ja die Möglichkeit mittlerweile ein Tier mir zu fangen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier so einfach funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Von daher müssen wir gleich mal schauen, wie wir das machen. Ob ich das überhaupt richtig mache, weil es kann sein, dass ich Peanut Butter brauche. Ich brauche. I cannot peanut buttered my... Ja, klar. Ach ja. Dieser Witz musste mir gerade letztens erklärt werden mit der Marmelade und der Erdnussbutter. Danke, danke da an den Gonzu. Danke, dass du es mir erklärt hast. War ein auch sehr netter Abend. So, wie das nun mal ist, schön im Pub gewesen. Hallo! Ach, du hast nur hässliche Sachen. Von daher... Tschüss! Oha! Du möchtest mir an den Kragen. Dann möchte ich das auch... Aua! Weg! So, läuft. Ja! Mir fällt gerade was auf. Komm, das ist... Hier, geh mal... Fand ich, als ich das letzte zusammengeschnitten habe, doch etwas... Etwas zu laut. So, so kommt das doch ein bisschen besser mit. Ich höre es immer noch gut. Aber es geht doch eigentlich darum, dass ihr mich hört und nicht hier die ganze Zeit. Diese elendigen Geräusche dieses doch sehr wunderschönen Spiels, was mir echt schon angetan hat, immer schön weiter, weiter und weiter zu spielen. Oder haben wir Aves-Mingus-Samen, was auch immer das ist. Aves-Sea. Nehmen wir mit. Wird angepflanzt. Ich habe mir überlegt, dass ich gleich zu unserem Heimatplaneten fliege. Oder beame, besser gesagt. Und ich werde dann, na? Dort mal die Falle aufbauen. Aber ich werde an unserer... An unseren Ebenen weiterbauen. Das ist schwierig, wenn man schneller spricht, als man denkt. Deswegen kommt da immer mal so... Was wollte ich eigentlich? Ich nehme mal auch Erde auf jeden Fall mit. Das ist zwar blaue Erde. Ach, aber was soll's. Was soll's. Oder das nehme ich so doch nicht mit. Alles nicht so einfach, meine Damen und Herren. Von daher... Nehmen wir... So. Killer. Su-su. Okay, okay, okay. Ich sehe es ein, dass wir jetzt hier... Oder machen wir die Baumplantage weiter. Bäume oder unten. Ich glaube, ich mache unten einfach weiter. Und wir werden dann auch wieder weiterfliegen. Wir haben ja momentan noch das Problem, dass wir zu wenig Kohle im Tank haben. Mal einen kleinen Moment. Das sehen wir ja jetzt. Mal reinschauen. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Glücklicherweise können wir aber das hier machen. Reusper, Reusper, Knusper, Knusper, Knaser. Und zack. So, was ich eigentlich auch mal schauen wollte. So hoch müsste mir theoretisch... ...um eine zweite Reihe von Bäumen zu pflanzen. Ob dann die Bäume überhaupt noch wachsen, ist dann die große Frage. So, was mache ich? Ich baue erst mal die Falle auf. Für dieses nette Getier. So, hier gehen... Geht hier unten. Oder baue ich hier unten weiter? Nee, finde ich auch irgendwie doof. Das lassen wir zu. Da hinten in die Tiefe zu gehen und immer tiefer. So finde ich es lustiger. Ach du Gott. Ach du Gott. Erst mal hier wieder Bäume weg. Weg, weg, weg. Können wir alles nicht mehr gebrauchen. So. Alles Erde mit. Grüne Erde brauchen wir jetzt. Oh, oh, oh. Der, doof. Dumm, 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 dumm. So, abfließen. So. So, so, so. Alles hier weg. Alles. So, so, so. So. Da wir es hier blau haben. Ehrlich gesagt, finde ich es schon ein bisschen doof. Aber mein Gott. Mein Gott. Es ist halt so. Timber. Wo? Warum heißt Timber eigentlich Timber? Wenn mir das jemand erklären könnte, wäre ich im Echten bisschen verbunden. Also nur ein bisschen verbunden. Weil ich kann das da Herr Spunde auch demnächst mir erzählen. Wenn er wieder da ist. Wenn er wieder da sein möchte. Man weiß es nicht. So. Also wie gesagt, ich finde das blau eigentlich da unten doch doof. Wir lassen es jetzt aber mal. So. 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 So, so, so. So, so, so. So. Und, äh, so. So. Und, so. Und habe ich eigentlich schon so gesagt. So nicht wahrscheinlich. So. So. So, so, so. Wir haben ja... Haben ja... So. Was haben wir noch? Hey. Schwein. Macht der sowas? So. Ach, nee. Du kommst da hin? So. So, 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 so. Ach, ja, freut mich, freut mich und baue ich hier doch weiter? Nee, das wird zu arg, das wird zu groß. Wir bauen wirklich nach unten. Wann langt das? Wir können halt hier vielleicht... Nee, da ist das Ende vollkommen okay. Und es lustig mit den Kameras... Also ich finde es lustig mit den Kameras. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ein Bauer sollte seine Ernte doch... Ui, das ist so. Wir machen erstmal hier fertig. Dann gibt es hier die neuen Pflanzen. Das heißt, wir brauchen erstmal... Ah, hm. Obwohl. Nee, wenn dann machen wir es einheitlich. Entschuldigung. So, das hier weg. So. So, so, so. Ups. Ähm. Was ist das? Nee, ist noch heller. Das war dann das Falsche. Das da. Gut. So. Tü, tü, tü. Danke. So, jetzt fällt mir wahrscheinlich auf, dass das überhaupt nicht reichen wird. Nee, so unvorbereitet. Immer dieses unvorbereitet sein. So. Toll. Super geil. Ach. Wie scheiße. So. So. Na gut. Na gut. Und wir können uns hier noch direkt rausbeamen. Wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas. Zack, zack, zack. Glas. Modern Platforms brauchen wir nicht. Ah, da wäre ich fast wieder auf den falschen Planeten geflogen. Auf jeden Fall müssen wir auch noch schön unser Häuschen bauen. Ich wiederhole mich. Ich sage ja nichts mehr. Naja. Okay. So, und wie ich hier noch Wasser reinkriege, ist auch noch so eine Nummer. Wird aber auch noch irgendwie klappen. So. Zack. Ja, brauchen. Und jetzt hole ich gerade voll los. Reizhusten. Hab mich aber unter Kontrolle. So. Zack, zack. Uiuiuiui. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, Gott. Gott. Ein wahres Gemälde. Ja, das ist das Helle. Das Helle. Können wir mal hier hin machen. Und. White Metal ist das gleich. Ach, okay. Ja, gut. So. Tutu. So. Ähm. Ach, ja. Wird ja immer besser. Na komm. So. Hübsch, oder? Sicher, das ist scheiße. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Na gut. Okay, Idee. Drill Instructor. Ach, da ist der Vorhangen weg. Na ja, ganz großes Kino. Komm. Alles weg hier. Alles weg. Hätte ich alles mal einsortieren können. Erstmal die Sachen, die ich nicht brauche. Wieso soll ich für Sachen zahlen, die ich gar nicht brauche? Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, weil ihr damit hier... Zack, zack. Mein Grundstück ist auf Matsch gebaut. So, das hier ist die Höhe. Hier müsst ihr eigenstimmen, Metallic. Das heißt, ich müsste so machen. Ja. Mr. Matsch. Mr. Matsch. Wo sind sie? Wo sind sie? Da, so. Drauf. Und dran. So. Zack. Ich sehe schon kommen. Ich muss mehr Leichtmetall mir besorgen. Nur wo? Das ist dann immer die Frage. Danke. So. Mein Lieber. So. Das sieht doch schon schick aus. Halt. Nein. Verzeihung. Wir wollen auf die Art und Weise. So. So. Erstmal so. Dankeschön. Da. So. Ach ja. Das dahin. Oh. Warum sagt das denn keiner? Das hätte ich ja ehrlich gesagt. Oh. Wir lieben gern was anderes. Aber was habe ich denn aus dem Mondgestein? Das sieht, glaube ich, nichts aus. Das sieht auch nichts aus. Hm. Also hier muss auf jeden Fall irgendwas anderes hin. Nur was? Das ist jetzt die große Preisfrage. Wallpanels. Okay. Ach ja, doch. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Hübsch, 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 hübsch. So, den kleinen Stuhl dahin. Dann kommen wir doch langsam der Sache wieder näher. Ah, okay. Na komm. Weißt du was? Da saß du da vorne. Nervding. So. So, so, so. Ähm. Hübsch, 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 hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Hübsch. Die Höhe? Ne, die Höhe. Klar. Sagt er auch. Die Höhe muss das gewesen sein. Ja, sehr gut. So. Aufmachen. So. 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 Dann. So. Ah, sauber. Also. So was fürchterliches. So. So. So, 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 so. Warum nehme ich Holz? Ich finde hier irgendwie macht das Holz mehr Sinn. Hat keinen besonderen Grund. Ich finde es halt irgendwie hier in dem Bereich einfach schicker. Ach, so. Das ist scheiße, ja. Hier müsste es eigentlich hin. Sag doch, dass ich Blödsinn mache. Mann, ey. Müsste echt mal ein bisschen kooperativer sein. Das kann ich nicht weiter so angehen, dass ihr mich quasi immer so auflaufen lasst. Ähm. Also, so. Also läuft das Ganze Let's Play dann doch irgendwie in der falsche Richtung. Die ich dann echt. Ja, ich finde es doof von euch. Ganz einfach. Jetzt habe ich es gesagt. So, dann kommt das doch gleich tausendmal geiler. Und sogar das passt. Das war wirklich Zufall. Das war nicht geplant. Das freut mich aber umso mehr. Mal hier rein. Wo sind meine... Ist wahrscheinlich jetzt alles aufgebraucht. Natürlich. Soll es nicht stören. Soll es alles ja nicht stören. Nein, so. Mach mal ein bisschen was. So. Zack. So. Schön. Schön. Das geht natürlich das ganze System. Ähm. Das ganze System geht natürlich so weiter, dass wir hier, komm, hier aus, dass wir hier weiter nach unten gehen. Ja, sicher, sicher keiner. Weiter nach unten gehen. Sprich hier eine Reihe so. Du gehst weiter nach unten. Ach, sieht das Herz allerliebst aus. Ach, ja. So, wir brauchen zwei. Ich sagte zwei. So. So. So, so, so. Grün, 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 grün. So, so. Fenster. Ja, die Hacke brauchen wir erstmal nicht. Die Hacke kommt wirklich zum Schluss dann dran. Mehr quasi unsere Welt wirklich beleben wollen. Sprich, bepflanzen wollen. Vorher den. So, ich denke mal, die brauche ich auch erstmal nicht. So, wo habe ich denn? Hui. Das war mir verloren. Also. Hier hin. Aber ich habe die Lampen benutzt. Okay. Soll auch nicht unser Problem sein. Nehmen wir das hier. Schön, dass ich es überall mal ein bisschen eingesammelt habe. Aber ich denke mir, dass wir da auch noch auf jeden Fall mehr noch brauchen. So. Schön. Wenn wir hier mal unten alles dicht. Dann hätten wir nämlich Ebene zwei fertig, auch wenn ich schon. Ne, eigentlich ist das Ebene drei. Oder sehe ich das falsch? Sehe ich das falsch? Wahrscheinlich. Ist halt auch die Frage, je tiefer ich gehe, wann das überhaupt noch Sinn macht. Ob das jemand von euch weiß schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Oh, was für dramatische Musik. Jetzt doch so langsam mein Ohr besänftigt, mein Gemüt besänftigt und doch etwas Geheimnisvolles hervorlockt. Ach ja. Fuck. Also ich finde es mit dem Holz schick. Ich bin aber schon jetzt, wo ich es gesagt habe, am Überlegen, ob ich vielleicht doch lieber eine andere Farbe nehme. Man weiß es einfach nicht. Ach ja. Sehr gut gemacht. Sehr schön, sehr schön alles. Drill Inspector. Los geht's. Jetzt noch mal. Na, na. Zack. Und eins runter. Der Rest geht hier lang. So. Hier unten fehlt erstmal ein bisschen Licht. Eigentlich blöd. Ich kann hier mal so machen. Und außerdem ziehen wir unseren Helm ab. Ich brauche meinen Amish-Hut. Wo ist er dann? Schön rumgelassen. Ah, da ist er doch. So. Das müssen wir auch noch machen. Schon wieder nicht dran gedacht. So. Ja, guck mal. So sieht man auch richtig aus, dass man arbeiten möchte. Ja, ich weiß. Viele wollen nicht arbeiten. Aber wie viel war es? Wie viel war es? So, nochmal. Zwo. Vier. Sechs. Okay, zwei habe ich schon. Die vier. Und die sechs. So. Noch eins. Zwei tiefer. Na, komm her. Matsch, matsch, matsch. Sklai. Klai. Komm, weg. Äh, da. Martane. Zwo. Zwo. Ba. 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 Was hat er da für Geräusch gemacht? Darf er das überhaupt? Natürlich darf er das nicht. Die Sau. Dieser elendige Hippie. Ach ja, ach ja, ach ja, Schatzlein. Was ist denn da los? Ist da etwas drin? Ist nichts drin. Warum darf ich dann hier nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber okay. Ab. ach ja, ach ja, ach ja. So, ich bemerke gerade, eine gewisse Inkonsequenz. Aber, okay. So, komm mal her. So, ich komme erst mal noch nicht. Aus damit. Okay, verstehe. Nein, 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 nein. Boah. Ach man. Ach man, ach man, ach man, ach man. Ach ja. Ach ja. Ach, ist das so. So, kann nichts schief gehen. Einmal. Spundrisch alles kannten. Das kannst du nicht. So. Wir bleiben dabei. Entschuldigung, das ist manchmal immer, da muss ich, bin ich kurz am überlegen, wie ich es mache. So. Und zack. Ach. Herz allerliebst. Ja, immer der gleiche, selbe Weg hoch, aber meine Fresse. Ach ja, wie das, das wird grandios, das wird auch groß, ja, ein kleines Bauprojekt, klein, aber fein und doch so groß. Hier geht es um Nahrung, es geht um Bäume, es geht einfach um Rohstoffe. Also dazu übernehmen wir Planeten. Und dazu sind wir geboren. So. So. Ach. Ja, doch, das ist Maßarbeit. Ach ja. So, einmal. Und das zweite Mal, dann das hier weg. Gut zu wissen. Ach nee, es war ja. So. Oh, noch schöner. Ach. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Und auch hier wieder zu. Können wir auch hier nicht mehr beamen. Oh, sowas aber. Die Sau. Vorne. Eins. Drei. Vier. Fünf. Ja. Passend raus. Ja. Sofort runter von meinem Grundstück. Aber, Dalli. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Was macht er denn jetzt? Hm. Da müssen wir intervenieren. Da müssen wir intervenieren. So geht's natürlich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ihr sicherlich auch nicht. Dumm, badam, bam, 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 badam. Dumm. So. Problem beseitigt. Ach ja. Sauf mal ab. Konzentrieren. Konzentrieren. Immer nur weiter konzentrieren. Konzentration. Ach Gott. Ja, wir schaffen uns hier wirklich die Nacht wund. Ich bemerke gerade, ich bin schon so wild am Bauen, dass ich so doch dezent in die Überlänge geht. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal bei Fuchus Let's Plays und dann mal viel Spaß mit der Abmod. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Folge 49 mit frohlockendem Gesang, hat es begonnen und es ging weiter im Baumodus. Mittlerweile mit der zweiten und anfänglichen dritten Ebene, um unser schönes Gewächshaus, unsere Plantage immer größer zu machen, immer weiter zu erweitern, um dann letztendlich niemals einen Hungertod zu sterben, wenn wir dann immer alles pflanzen und wenn in die Tiefe nach unten alles funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!